Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von V-Rising. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß. So, in dieser Folge werden wir auf jeden Fall etwas farmen gehen und zwar in der Silbermine und da ist definitiv mein Ziel, dass wir heute uns mal die komplette Silbermine anschauen. Ich denke, vom Level her müsste es passen und ich bin auch soweit ganz gut gerüstet. Die Silberwaffen habe ich mir soweit eben noch nicht herstellen können, weil wir jetzt verstärkt eben Silbererz farmen müssen und heute ist auch mal so ein bisschen mit Risiko. Ich möchte mal wissen, ich habe meine Silberwiderstandsgebräu Tränke dabei. Ich möchte mal wissen, wie viel Silbererz wir sozusagen abbauen können, ab wo es wirklich kritisch wird. Das wollen wir heute mal herausfinden. Wir sehen uns wieder, wenn ich vor der Silbermine stehe und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir hatten schon einen kleineren Kampf gerade mit 5, 6, 60ern. Gerade nochmal so gut gegangen. So, wir haben jetzt schon ein bisschen Silbererz gefarmt. Wir schmeißen uns mal den Trank ein und dann schauen wir mal. Jetzt habe ich allerdings immer noch keine neue Blutgruppe. Das ist etwas blöd. Aber wir haben den Gefängnisboden bekommen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen was abbauen. Mehr als das letzte Mal. Wir lassen uns hier richtig schön viel Zeit. Und gucken mal, was wir in der schönen Silbererzmine alles so entdecken. So, hier sind jetzt erst mal keine mehr. Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, bei unserem ersten Besuch in der Silbermine. Ich meine, wir hatten 130 Silber oder... Ne, es waren sogar 280. Das gilt es jetzt mal zu toppen, um einfach mal zu sehen, ab wann wir wirklich großen Schaden bekommen. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal einen 9er Stack gehabt. Jetzt haben wir 5, jetzt haben wir 6. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Aber nichts mehr? Nö. Ähm... Ähm... So, da hinten war ja diese Art Kathedrale, aber da gab es im Grunde nichts, nichts Tolles. Wir schauen jetzt mal hier runter. Ja. JЯ! Ja! 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 Bombenwerfer. Okay, links oder rechts? Gehen wir mal rechts. Oh, ich bin schon wieder voll. Super. Ui, hier ist ganz viel. Okay. So, was hauen wir denn wieder mal weg? Ja, Knochen, nö. Brauchen wir nicht. Schwefelerz. Holz, Gras. Brauchen wir alles nicht. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. 13er Stack. Noch haben wir keinen Schaden. 15, passiert auch noch nichts. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Wie viel haben wir? 100, 300, 400, 500, 600 Silber und kriegen noch keinen Schaden. Wir haben allerdings dann natürlich das Widerstandsgebräu. Okay. Habe ich da noch? Ja, da habe ich noch genügend. Hm. Komm, hier, weg. Nee, immer noch nicht. Ja. 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 Hier gibt's wirklich viel. Wahnsinn. Makelloser Toppers. Ach komm, weg. Ja. 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 Wir kriegen keinen Schaden. Ich meine aber, dass es langsam wirklich genügt. Jetzt schauen wir noch so ein bisschen die... ...die Mine an, was sie uns noch so offenbart. Und dann werden wir die Heimreise antreten. Hier ist bestimmt ein Boss drinnen. Okay. 62, 62, was haben wir da noch? Das ist harmlos. 64. 64. So. Was haben wir hier? 64. 64. 64. 65. keinen Boss. Ist ja auch mal schön. Upsi. Ja. Begone, Bill! Light, drive me straight! okay so viel silber ist der hammer tausend kisten gibt es hier drin komm wir machen eins noch nee so sicher ist sicher ja 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 Okay, so weit, finde ich, hat man jetzt in der Silbermine nicht so Schlimmes zu befürchten. Jetzt schauen wir uns den anderen Trakt noch an. Und dann sollte eigentlich unsere Produktion mit dunklen Silberbahnen nicht zu einem Weg stehen, dass wir uns Silberwaffen schmieden können. Muss ich nur gucken, also wir sind, wir müssen eigentlich nur hier lang. Gibt's da noch was? Da gibt's ja noch einen Weg. Ne, da war nix. Genau, okay. Oh, oh, oh. Oh, ich sehe was, ich sehe was. Oh. Okay, jetzt seht ihr das? Es schwankt. Also im Grunde haben wir jetzt zu viel. 25 Stacks. Dann werden wir jetzt hier ein bisschen was wegschmeißen. Übertreiben wollen wir es nicht. Jetzt schauen wir uns ganz kurz mal an. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 34. Wir hatten 970. Also annähernd 1000 mit Silberwiderstandsgebräu können wir mit uns tragen. Das ist, finde ich, ziemlich ordentlich. Ah, was mache ich denn hier? Uh, jetzt. Oh, oh. Soll ich nicht aufpassen. Haben wir sogar noch mehr. Haben wir sogar noch mehr. Also 950 fast. Lässt sich. Das nehme ich jetzt mit Sicherheit nicht mehr. Da haben wir auch keine besonderen Gegner. Mist. Ah. 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 Bli. Bli. Yep. Okay. Oh, jetzt sind die alle wieder da. Da drüben auch, oder? Ja. Na gut. Okay, meine Lieben, es sollte das gewesen sein. Ich werde mir jetzt noch den Weg frei schaufeln. Nein, frei kämpfen. Und dann würde ich sagen, also ihr seht in der Silbermine, ihr habt nichts Schlimmes zu befürchten. Ich habe sie mir von den Wachen schlimmer vorgestellt, aber mir kann man super, 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 super Silber farmen. Wie gesagt, 950 mit Widerstandsgebräu bei einem 24er Stack Silberkrankheit ist möglich. Wir regenerieren uns dann sogar noch, verlieren nicht Leben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns definitiv drauf und dran machen, uns Silberwaffen herzustellen. Und ja, dann geht es an die nächsten Bosse, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit V-Rising und bis zum nächsten Mal. Ciao.